hey kollega boah stufe 12 was ein junger mann könnte hier liegt einer oh krass krass teilen schon ordentlich Damage aus einer Stufe 13 sind gerade mal stufe 9 weg 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 legen wir uns jetzt gleich daneben so weiter geht wie heißt er ab das schön ist für uns er hat er zu 1 physische von der 1 1 ja gut dürften eigentlich inzwischen nehmen wir unseren neuen blinkt was warum 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 so denn das info ist ja hier bei plug in chips nicht ausgerüstet aber okay hier verstärkt angriffe und schwachen schockwelle gibt es bestimmt eine schwache schockwelle plus 1 angriff laden erhöht stärke von aufgeladenen angriffen um 120 prozent da braucht acht slots genau das was wir noch frei haben wir gucken erst mal max lp plus 2 und 90 kann man gar nicht rein sport hebt angriffe von spielern feind auf er hebt es jetzt zu schaden oder wie verstehe ich das sport hebt angriff von spieler und feind auf 200 prozent 240 in das haben wir probieren hier haben wir noch was was weiß los ist alles schon drin brauchen wir nicht mehr mehr slots jeden fall die zwei wege oder liegt da noch jemand der barben schenkel schaden sagen 1 offensiv heilung 1 zusammen Okay, das ist gut, wir sollten uns zu erreichen, hier. 9S zu Bunker, hast du mich kapiert? Ich lese dir 9S, gehst du hin. Operator, wir... äh... Wir haben nur ein Paar von Humanoid-Maschinen gefunden. Wir konnten sie nicht beobachten. Aber ich habe Combat-Data bereit für Aufladung. Entstanden, bereit zu bekommen. Hoffentlich kannst du etwas davon bekommen. Okay, also 9S lädt jetzt die Daten hoch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bin ich hier mal gespannt. Mal gucken, links geht es zur Mission. Und gucken wir noch irgendwo. Ja, sag ich doch. Kleine Erholung, die ist sehr gut. Wir müssen dann unbedingt, auch wenn das wahrscheinlich etwas kosten wird. Neue holen. Ganz dringend. Also der Hinweis am Anfang der Mission... Entschuldigung. Der Hinweis am Anfang der Mission... ...dass man vor dem Eintritt in die Wüste, also bevor man hier in die Wüste geht... ...definitiv... ...einkaufen soll dem Shop, der... ... ist echt wichtig, so wie es aussieht. Und man ist ja lange unterwegs. Trifft scheinbar auch relativ... ...große Gegner. Und auch insgesamt ja viele, ne... ...und so was so mit der Planen, ne... ...hier sind jetzt zwei... ...nach... ...nach... Ich denke schon, dass der Spitzname nicht Knallkopf sein soll, sondern schon eher Jackass, also so Arschloch-Draufgänger-mäßig. Ich denke, dass der Spitzname ist, dass der Spitzname ist, dass der Spitzname ist. Er hat Feuer? Gegenstände zum... Feutel Achso, das ist ja der andere Shop. Oh, speichern! Ich glaube gar nicht heran zum Speichern, aber es ist egal. Prosteingang? Haben wir was Neues denn da? So, weiter geht's. Spiel... 32 FPS gerade gehabt. Ich denke, dass wir einen Spitz haben. Ich glaube, dass wir einen Spitz haben. Ich hoffe, dass wir über unsere nächste Bewegung sprechen können. Ich bin über die Schmerzen, die wir in der letzten Krieg mit den Maschinen gemacht haben. Vielleicht sollten wir zum Rezistenz-Kampen zurückkommen, um zu verabschieden und zu verabschieden. Ich bin über die Schmerzenz-Kampen zurückgezogen. Ne, immer noch Level 7. Aaaaaaah! So, hmmm... So, wir wollten eigentlich nur auf dem Tier reiten, ne? Aaaaaaah! So ein Bursch! Die zwei sind auch wieder da. Oh, hallo! Jan Sena, Ricky Baker. Geld 20, Projektilfundrate, sehr hübsch. Oh, da will 9. Seh dich nicht, aber du bist kaputt. So... Da war's getroppt? Ja. Perfekter Schaltkreis. Aua! Der lag doch letztens so ziemlich an derselben Stelle auch einer. Das ist doch kein Zufall. Und was ist das für eine Zahl, die da mal aufblockt? Bei allen Dingen, müssten wir nicht eigentlich eine Anzeige haben für die, äh... EP? Äh, wo ist es? Fähigkeiten her. Mh... Ausgerüstet? Erfahrungsleiste, haben wir doch hier drin. Okay. Ich kann natürlich nochmal... hier hin tun. Was hier hin? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, von wegen der Farbe. Da... Ist wieder da. Okay. Ah! Keine Ahnung. So, wir könnten jetzt mal das mit dem... Hirn probieren, aber ich glaub dazu brauchen wir so einen Beutel, ne? Wir brauchen so einen Beutel für Tausender. Weiter mal kaufen. Im nächsten Shop. Hey! Ich nehm mich mit. Hier kommen wir nicht durch. Hier gehts auch. Ja was? Hallo? Nein. Wir müssen da lang. Kennen wir uns ja inzwischen schon ein bisschen aus. So, jetzt angehe ich aber hier nochmal. Seid ihr lieb? Hier. Ähm... Wir stellen es mal hier hin. Zum Angeln. Hä? Ah, die Taste. Ja, wie gesagt, Controller, ne? Hat man jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube fast, hier können wir die Folgen weit über eine halbe Stunde machen. Ich bin jetzt schon wieder bei knapp zwei Stunden hier. Und wir haben eigentlich noch gar nichts. Wir haben noch nichts gemacht. Erstmal zwei Quests abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass es so wenig sind. Einmal wirklich. Ehrlich gesagt. Och... Nö... Nicht schon wieder auf... Was mit der Reihe mit der? So, mal gucken, ob wir hier irgendwas aus dem Wasser ziehen. Mal gucken, was der... Ich werde es, den wir gefangen haben. Ich muss, glaube ich, gleich erstmal pinkeln gehen. Ich glaube, der Energy will wieder raus, ne? Ah, lecker! Lecker, lecker, lecker! Wir befangen ja nichts, ne, oder? Ach! Report komplett! Du hast nichts gefangen, du Affe! Ah, ich will endlich die großen Kisten noch machen können. Nebenaufgaben, du kannst Nebenaufgaben von Auftraggebern als markiert in der ganzen Welt akzeptieren. Oder mit Nebenaufgaben werden als roter Stern auf der Minikarte angezeigt. Cool! Da sind wir wieder! So, was für uns inzwischen? Egal, was sich bekümmert, ich leide hier mein Ohr! Achso, ja, der war ja bloß, ähm... Äh, äh, Hilfe! Ihr Alter! So, Anemone! Anemone! Ah, ihr seid es! Ich habe von Knallkopf von eurer Begegnung in der Wüste gehört! Gute Arbeit! Danke schön, haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet! Oh, sehr schön! Ah, ja! Ah, die Türen, die wir nicht rein durften! Das ist das Mindeste, was wir tun können! Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt! Hey, danke! Okay! Wie taut! Die Klappe! Die ganzen Loots scheinen alle neu zu spawnen, wenn wir die Gegend verlassen haben! Fähigkeit, Salbe, Großsalen! Cool! Ja, scheint alles neu zu spawnen! Wollen wir gar nichts kaufen hier! Wollen wir nichts kaufen! Das ist sehr groß, bis es sieht, dass es in Ordnung ist, wenn wir ein großes Zimmer bekommen! So, die Klappe! Wir haben die Erlaubnis schon vergessen! Außerdem werden wir für eine Weile hier stationiert bleiben! Da wir ein Bett wohl nicht verkehrt sein! Da wird ein Bett wohl nicht verkehrt sein! Dann gibt es wohl kein Argument, das abzulehnen! Ja, die Klappe, du Eimer! So! Kleiner Holm! Uh, sehr gut! Kleines Geldglück erhalten! Stromfeste Salbe! Okay! Diese Texturen, Alter! Diese Texturen, so übel teilweise! Ein wunderschönes Spiel! Aber, bitte! Hm! So! Ein kleiner Speichern! Zack! So! So! Transport! Wo kann man eigentlich hin? Wir kennen den Bunker! Wir können eigentlich, kann man mal im Bunker gehen! Mit der Kommandantin reden! Aber wir gucken erst mal, was wir jetzt für uns alles verbessern können! Ähm! Da-da-da-da! Ähm! Wir können kaufen! Mit dem Pott verbessern, haben wir das Zeug jetzt? Warum? Ne! Uns fehlen Pilze und reines Wasser! Weil alles noch gar in die Power-Abteil kamen! Alles noch gar nicht gefunden! Dann erstmal ein Kaufen! Kaufen! Mmh! Man kann ja gar nicht immer thanksen! Wir denken gerne einmal unsere Chips... kapazität erhöhen so was ist das jetzt hier wenn ich wähle einen basischip aus wähle einen plug-in-typ für die basischip aus stellungskosten 20.000 erhöht ausweistdistanz um 20 ach so wir können hier praktisch verbessern weil wir haben zwei stück wir haben ja auch zwei ne das sind drei verschiedene ja sie kommen ja erstmal nichts sinnvolles machen soweit so hast du was für uns jetzt die stadt sind sind deine waffen kannst du mir jederzeit überlassen können wir vielleicht unsere abgabe dehnte spule verdammt hier hat man natürlich sammeln können allerdings pirit haben wir auch neu ostiger klumpen tierfüll würde ich sagen ja das zieht schaden ganz schön hoch das ist gut was wollen die titan legierung als nächstes verbeulte platte fernstein weg das kabel ok komm bald wieder mit sicherheit ich bin mir jetzt nicht sicher wo wir hin müssen aber ich weiß wo ich hin muss nämlich gleich mal pinkeln kann man nicht öffnen so ich würde mich jetzt mal in den bunger tanz portieren lassen ich bin mir jetzt mal in den bunger tanz portieren du bleibst hier kollege hast du gehört so während wir zum bunger fliegen gehe ich mal pinkeln also bis gleich in paar sekunden geht's weiter ich bin mir jetzt mal im Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist eine falsche Taste. Hier gibt es dasselbe Zeug. Davon brauchen wir jetzt nichts. Vielleicht können wir es verkaufen. Oh, das ist ein schönes. Ähm, du-du-du-du-du. Irgendwas wertvolles. Großes Gegen. Ähm, Kupfererz kann man aufkommen. Okay. Das brauchen wir alles zum, äh, äh, sagt schon, um uns zum Waffen aufzurüsten. Technikbuch. Dottobuch. Okay. 5000 ist es. Das ist eine alte Maske, die von einem Maschinenwesen hinterlassen wurde. Kann verkauft werden. Äh, größer, die in den Einfluss gefangen kann verkauft werden. Okay, ne, verkauft das Zeug man da nicht. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie zum, zum, äh, verbessern brauchen. Und, äh, ne. Danke. Also gibt es im Hangar eine Nebenquest. Supi, bist du das? Ja, aber. Gott sei Dank, mein Name ist 16D. Meine Ausbilderin, 11B, war beim Sturm auf die verlassene Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie wurde während des Kampfes abgeschossen. Ich, ich verstehe. Eine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätte wünschen können. Sie war so stark und bewunderswert. Was ist mit ihrem Körper geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich weiß, es steht mir nicht zu, dies zu fragen. Aber nun, wenn du etwas von ihr finden solltest, würdest du dir jetzt etwas ausmachen, es mir zu bringen? Das hat keine Priorität oder so. Nur, wenn du Zeit haben solltest. Ähm, ja, warum nicht? Ich werde die Augen offen halten. Vielen Dank. Gott haben wir Informationen über 11B... 11B... 11B's Blackbox? Negativ. 11B's Blackbox ist noch nicht geboren worden. Sie wurde in der Nähe der verlassene Fabrik abgeschossen, richtig? Aha, okay. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir noch für eine Quest hier kriegen. Gut, lauf! Aufgabe. Äh... 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 Aufgabe. Da steht groß Aufgabe. In der Tat, es gibt da etwas, um das ich Sie bitten möchte. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Verbesserung der Netzwerkumgebung zwischen Bunker und Oberfläche. Sobald dieser lebt ist, können wir unsere Operation noch effizienter ausführen. Zuerst müssen Sie die benötigten Materialien zur Wasanführung des Widerstandslagers bringen. Ein Operator wird Ihnen erläutern, wie Sie an die Materialien kommen, sobald sie gelandet sind. Ähm. Ja, Kommandantin. Okay, das heißt praktisch, wir sollen wieder Gelumpe sammeln und ins Lager bringen. Ja. Klingt doch eigentlich ziemlich vernünftig. Wer will das, wieder Zeug zum einsammeln? Ja. Äh. So, wir brauchen jetzt aber erstmal, einen Transporter. Äh, Widerstandslager. Jawohl. Für Sie. You are for the glory of mankind. You are for the glory of mankind.